Na moin, was ist denn mit dem? Aha, ich hab doch nicht so ein bisschen. Ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, ich muss mal ein paar Medipack aufnehmen. Nein, das ist kein Medipack. Scheiße. Doch, doch. So, die Asse. Ja, moin. Ein 40er. Ah, 124 Kilowattstunden. Ah, 200. Super. Wollen wir den nochmal aufladen? Sofällig. Ich glaube es fast nicht. Schon wieder Gold gefunden? Okay. 80 Kilowattstunden, das ist sehr gut. Und rein in die Olga. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Wo ist jetzt mein... Hey Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt ist die weg. Spiel, willst du mich verarschen? Ich bin mit Pumpgun. Oh, nice. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja. Dieser war auch sehr effektiv, muss ich sagen. Schrei nicht so rum. Das hier ist nichts. Ein Ball. Ah, 15 Röstern ist auch nicht so besonders fair, gell? Guck, wo sind wir hier kommen. Hat keiner mehr was gehabt. Ah, Munition, da haben wir genug. Dann ab nach vorne. So, komm her, Mäuschen. Ach, jetzt müssen wir hier... Aha. Boah, das ist jetzt eigentlich relativ laut, dass man uns jetzt nicht mehr hören könnte. Das ist schon mal sehr cool. Was sind denn das für Teile? Schauen wir mal, ob man die 20 in dem Level noch vollkriegen. Ja, moin. Und Schuh wieder hinüber. Das kann nicht sein. Dann nochmal auf ein neues. Einmal. Schade. Der Held ist eigentlich ruhig, wenn es sein könnte. Nein. Mehr ist ein Erd. Oh! Ja, Mann. Meine Rüstung, meine Energie ist einfach zu niedrig, um so Barkhalzig zu interagieren, du kleines Stück. Aber wir gehen jetzt einfach mal unten durch. Schauen wir, ob man erstmal irgendwas... Ne, da war was, danke. Ja, ich sag ja, wenn man erstmal ein bisschen mit Verstand rangeht, dass man sich das ein oder andere Ersatzteil klauen kann. Das ist gar nicht so dramatisch. Ja, moin. Hey, was ist denn mit dem Spiel? Oh man, was ist denn das für eine Aufnahme heute? Was ist denn das für eine Aufnahme? Hä, schau, so wird das gemacht. Was ist denn da? es hat auch böse ausgehen können für mich ich habe nur keinen bock dass diese kackköter wiederkommen Huch, geht's nicht hin. Geht auf! Oh, 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 wo bist du denn? Alter! Alter! Mann! Ah, die Fresse! Dämlicher Kommandant. Hui, das haben wir gebraucht. Boah! Jetzt hätte ich ja beinahe was auf meinem Stuhl hinterlassen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das Geräusch kam von Betrug. Wer ist denn da? Seltsam. Hm. Hm? Hm? Wo ist denn sie? Wo kommst du denn hier, du Lappen? Fuck no. Unfassbar, Kollege Bratwurst. Ich hab noch nicht mal ne scheiß Granate mehr. Jetzt wieder einer kommt, ne? Der fickt mich weg. Den hab ich gemeint, ne? Ja. Jetzt wieder einmal saßen. Da ist es vielleicht so warmt. Das hört sich nicht gut an. Wie kniehst du denn da, Kollege? Junge, seid ihr haknäckige Arschlöcher, du. Gib mir ein paar Medi-Packs, Junge. Komm schon. Das sah jetzt wohl nicht so gut aus. Auto-Pilot? Ja. Sind wir schon da? So halb dir das hinter die Ohren. Moin. Hm, wo geht's denn da jetzt lang? Da hat man mich gesehen. Das ist aber nicht so genial. Entschuldigung. Komm, sei nicht so empfindlich, Mann. Woher kommt der hier? Ja, danke aber auch. Hey, Mann! Gut, den Weg nach unten kann ich mir sparen. Jawoll! Nur noch so sechsmal. Und dann hätten wir hoffentlich eine Challenge. Wir kommen dann, wir kommen. Wir kommen jetzt mal. Und wir kommen. Wie ist denn jemand? Woher kommt der sie? Woher kommt der sie? Das ist nicht so, wie das? Hier? Ah, das ist ein... Ah, nein! Ah, nein! Oh, nein! Ist das nicht so, wie? Ah, nein! Ich erschöpfe das nicht, wie ich so... Entschuldigung, das war auf jeden Fall Absicht. Kommt und holt mich, ihr Fotzen. Mann, kennt ihn. Klasse. Die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren. Der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen außerirdischen Scheiß. Bewegen Sie Ihren Arsch dorthin. Ja, das ist leichter gesagt als getan, Kollege Schnürschuh. Ich muss erstmal die ganzen zerstörten... ...was auch immer finden. Ja. Ich vermute mal ganz stark, dass ich da hinten hin muss. Und dann werde ich da hochgefahren. Ich vermute mal auf die Dillen. Oh, was ist das denn? Spiel... Ey, Mann, jetzt. Ist doch mal Schluss, ey. Ich bin ja... Das ist so schön wenn man sich nicht zielen, das hilft meistens wenn man die auf die Birne reinrotzt. Man kennt ihn, ein sauberes Aufrollen setzt sich durch. Wo schieße ich denn hin? Das ist mir einfach zu... ich bin da einfach zu ungenau denke ich. So wie Scheißdreck, ne? Aber nichts nützliches, oder? Keine Items. Nicht verfügbar. Ja, eine Breze. Eine richtig deutsche Breze. Wo muss ich denn dort hin? Nicht verfügbar. Auch nicht verfügbar. Wir gehen allgemein die Türen noch nicht auf. Okay. Ja, was soll das dann hier? Robotik und Wartungslabor. Ja. Können wir nichts aktivieren, oder? Ja. Moin. Erstmal eine schöne Tomahawk. Ist schon voll. Ja, wo muss ich denn da hin? Jetzt muss ich erst mal gucken, oder? Jetzt sind wir doch nicht an irgendwas vorbeigelaufen. Oder doch? Muss ich das ja anschieben? Hm. Hier geht's auch nicht weiter, komischerweise. Hier. Eine Grenade. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben. Richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Ja, Moin. 200 Rüstung. So lobe ich mir das. Also wenn wir jetzt die Atombombe da reinpflanzen in diesen Reaktor, haben wir natürlich durch diesen, ja, wie sollen wir das jetzt nennen, durch diesen Zusatz einfach eine erhöhtere oder eine höhere Sprengkraft, das wäre natürlich optimal. Wenn wir mal den Crowds ein bisschen einheizen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu viel gesagt habe, sondern dass ich das auch hinkriege. Ich bin ja nicht herrlich. Natürlich muss das nicht sein. Scheiß die Wand an hier, ey. Schlechte, schlechte Strategie. nämlicher Töter ja, man kennt ihn kann ja wohl hier nicht so schwer sein das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? richtig dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs so können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht das stimmt wenn die das können na klasse so können Vielen Dank.